Ich vergaß ganz zu erwähnen, meine Lieder sind ja allesamt autobiografisch. So auch das nächste Stück, das ist allerdings unter völlig anderen Umständen entstanden, nämlich bei einem Stadtspaziergang durch Berlin. Ich bin nämlich unterwegs und zwar unterwegs in Berlin. Das ist die Stadt, in der ich wohne und ich gehe durch irgend so ne verkehrsberuhigte Zone. Und während ich da so den Wirkestall über quer schaue ich einer hübschen Frau hinterher, als plötzlich... Oh ne, ich bin in einen Haufen gelaufen. Widerlich. Widerlich. Na toll, natürlich wieder ich. Ich finde ja, Hunde sind hier völlig fehl am Platze. Hunde. Dann schon lieber eine Katze oder warum denn nicht? Dann bellen sie dich. Die sind bequem und außerdem bellen sie nicht. Aber Hunde, komm, Alter, müssen ja nicht sein. Ich meine, Hunde kannst du nie alleine lassen. Und obendrein Hunde sind mitunter sogar bissig. Hunde sind im Grunde ein bisschen überflüssig. Ich versteh's nicht. Ich komm nicht auf den Grund. Warum kommen hier nur so viele auf den Hund? Für Hunde ist diese Stadt ja wohl echt jetzt mal alles andere als artgerecht. Denn überall muss sie hier so rumlaufen. Denn überall Haschhaufen weiß Haufen ist immer aufgefallen beim durch die Straßen gehen, dass hier alle Leute nur noch nach unten sehen. Wenn ihr da nicht aufpasst, dann... Oh nein. Das kann ja wohl nicht sein. Jetzt lauf ich in den selben Haufen zweimal rein. Scheiße. Okay. Welcher Hund hat er hingekackt? Festenreudiger. Abgefuckter Kröter. Nicht mehr hier immer zu. Sein zerkautes, verdautes Zappi von Schuh. Meiner. Oh. Das war Ihr Hund hier. Ja, das ist aber auch wirklich ein wunderschönes Tier. Muss dann aber jetzt nicht einen Maulkorb tragen. Ich wollte nochmal fragen. Nun tja, es ist ja so. Also ich finde ja auch Hunde sind hier absolut richtig. Hunde sind wichtig. Ich finde alle hier sollten sich einen Hund halten. Und die das nicht wollen, die sollen den Hund halten. Weil ich... Also ich mach Hunde sehr. Ja, Hunde sollten noch viel mehr her. Berlin ging ja auch im Grunde so ganz ohne Hunde total vor die Hunde. Nicht wahr? Ja, das war auf jeden Fall mal nett hier mit Ihnen zu reden. Doch jetzt muss ich gehen. Ich muss zum Bus. Sie verstehen. Ja, na dann. Wiedersehen.